So, jetzt habe ich noch ein Kuchenrezept für euch, das ihr ganz einfach mit euren Eltern nachbacken könnt. Und zwar Fanta-Kuchen. Dazu braucht ihr 4 Eier. 2 Tassen Zucker. 1 Päckchen Vanillezucker. 1 Päckchen Backpulver. 3 Tassen Mehl. 1 Tasse Öl. Und eine Tasse Fanta. Viel Spaß und guten Appetit. Tschüss, bis bald!